Krebsfrut wird auch das Öl der Selbstliebe genannt, das Öl, um den Körper zu ehren. Es hat einen spritzigen, frischen, zitrusartigen Duft, der etwas bittersüß ist und gleichzeitig sehr lebhaft und etwas milder als andere Zitrusöle, wie zum Beispiel Lemon. Krebsfrutöl duftet nach Lebenslust und nach Freude und bringt einen Schuss Übermut und gute Laune in unseren Alltag. Der botanische Name, der auf dem Fläschchen zu lesen ist, heißt Citrus Paradisi, also das Paradies auf Erden symbolisch. Für ein Liter Öl werden die Schalen von ungefähr 2000 Krebsfruts benötigt. Krebsfrutöl wird sehr gern in Körpermischungen oder zum Beispiel in Cellulite-Mischungen angewandt oder auch in Hautpflege-Mischungen verwendet, denn es kann anregend auf den Zellstoffwechsel wirken, den Lymphfluss verbessern und wird deshalb zum Beispiel gerne zum Trockenbürsten verwendet. Es ist auch in unserer Aroma-Touch-Mischung enthalten, eben aus diesem Grund. Es hat eine kräftigende Wirkung auf unseren Magen-Darm-Trakt und kann bei sehr vielen verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit Ernährung hilfreich sein. Zum Beispiel bei dem Gefühl von Heißhunger oder dem Gefühl, nicht so richtig zu wissen, wann bin ich satt. Dafür könntest du einfach einen Tropfen Krebsfrutöl in ein Glas Wasser geben und das täglich trinken. Aus diesem Grund ist Krebsfrutöl auch einer der Hauptbestandteile unserer Meta-PWR-Mischung für den Stoffwechsel. Ja, auch zum Beispiel das Thema emotionale Essen kann man mit Krebsfrut hinschauen. Was sind hier die Hintergründe? Weil Krebsfrut eben hilft, zu einer liebevolleren Beziehung mit dem eigenen Körper zu kommen und uns ermutigt, Respekt und Wertschätzung unserem eigenen Körper gegenüber zu zeigen, eben so wie er ist und nicht wie er in Anführungsstrichen sein sollte. Also wenn das Themen sind, die dich berühren, dann versuch regelmäßig Krebsfrutöl zu trinken. Krebsfrut kann außerdem das Denkvermögen unterstützen und Klarheit und Frische und Konzentration fördern. Dafür wendest du es am besten im Diffuser an, gemischt mit Zitrus oder Kräuterölen wie zum Beispiel Peppermint, Supermint, Basilikum oder Rosmarin. So kann die Lust am Arbeiten und auch an der Arbeit wieder geweckt werden. Es kann bei Stressabbau unterstützend wirken, weil der Duft eben so anregend, klärend und ja erhebend ist. Und du kannst es, wie gesagt, ganz vielseitig anwenden. Im Wasser, auf der Haut oder im Diffuser. Wenn du es auf der Haut anwendest, achte wie bei allen Zitrusölen darauf. Auch Krebsfrut ist photosensitiv. Deshalb schau, dass du dann nicht zwölf Stunden danach nicht in die Sonne gehst oder die Haut bedeckst. Ja, für den Diffuser eine letzte Mischung als Idee für dich. Ein Tag im Paradies haben wir sie genannt. Zwei Tropfen Krebsfrut, zwei Tropfen hawaiianisches Sandelholz und zwei Tropfen Ylang Ylang. Viel Spaß beim Arbeiten mit diesem Öl.